jo 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 heute ich bin es der achim so hier sind wir jetzt Convening diesmal habe ich hier fünf vierer kiste alles dasselbe hier und ich hoffe einfach diesmal auf mehr luck mindestens zwei mal hier import damit wäre ich vollkommen zufrieden aber sonst ist wieder scheisse kommt diesmal lack ich brauche jetzt einfach das lockt wenn es hier so weiter geht dann rast sie vollkommen aus komm jetzt aber jetzt muss immerhin sehr selten aber noch nicht großartig aber jetzt aber jetzt kommt ja nein geht auch weiter wie viel pech heute in seinem leben haben kommen die letzten beiden alter die müssen die müssen jetzt gut sein ja gut sehr selten ist immer noch besser als selten aber was will ich damit komm jetzt overlock overlock hier mystery decad oder wer das ding heißt das brauche ich jetzt ich kann es nicht fassen wie viel pech kann man in seinem leben haben kann ich wenigstens irgendwas davon eintauschen sachen wir nicht das reicht jetzt nicht dafür nee das kann so nicht sein ja ich habe wohl anscheinend nur pech in meinem leben ja gut ich werde mir nächstes hat auf jeden fall noch mal fünf flüsse kaufen und ich hoffe einfach ich hoffe dann habe ich endlich mal luck denn so kann das hier nicht weitergehen okay falls es euch denn trotzdem gefallen hat dann lasst doch ein like da und tschüss